Guten Tag ich bin wieder da wie 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 die oder wie 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 die VVVVVV und wie man auch first immer will und nicht fang einfach mal an die Welt den Sommer genau wie geht sonkein und entwerter irgendwas ist falsch müssen Wir werden irgendwas crashen, warum soll man evakuieren, alle runter vom Schiff, das soll nicht passieren. Alle durch den Teleporter und... Ha, das war scary, gruselig. Zumindest haben wir es geschafft. Richtig, Jungs. Jungs? Laufen ganz normal und einfach mit Leertaste immer Seinen wechseln, mehr ist das nicht. Oh, jetzt hab ich ja nicht gelesen, sorry. Ich hoffe, jeder ist... Okay, oder... Wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, versteht das. Diese Cs sind Checkpoints, die sind, wenn ich sterbe, land ich da wieder. Und an den kann ich auch speichern. Ich wollte schon mal sagen, das wird ein Projekt, also ich hab mich jetzt entschieden, nicht mehr alle 10 Minuten eine Folge zu beenden, sondern einfach nur zu spielen. Ah ja, hier kann ich auch enter an den Dingen machen. Personal luck. Almost everyone has been evacuated from the Space Station now. The rest of us are leaving in a couple of days. Once our research has been completed. Falls es noch auf Deutsch lesen wollte, fast jeder. wurde von der Weltraumstation evakuiert. Der Rest von uns verlässt, oder verlässt sie, ein paar Tagen, wenn unsere Nachforschungen vollendet sind. Hey, das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Bei manchen dieser Dinger gibt's Informationen, die wichtig sind. Und man kann sich auch schon denken, was muss ich machen? Den Rest meiner Crew finden. Da kennt someone, heal me. Violet, bist du das? Captain, du bist okay. Äh, irgendwas ist schrecklich schiefgegangen mit unserem Schiff-Teleporter. Ich glaube, jeder wurde zu einem anderen Platz teleportiert. Irgendwo in der Nähe. Oh no. Ein Monster-Ship is damaged, but it's still intact. Das Schiff ist, äh, beschädigt aber immer noch im Takt. Du bist du Captain. Ich bin auf einer Art von Space Station. Ähm, scheint ziemlich modern zu sein. Ähm, da scheint eine Art von Interfilm-Skanal, was es ist in dieser Dimension, was auch immer. Die Karte. Ich schicke jetzt die Koordinaten von dem Schiff zu dem man muss. Blablabla, da muss ich hin. Du can teleport you back, but, äh, wenn du teleport you back, 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 solltest du, äh, in meiner Nähe, solltest du, möglich sein, zu mir zu teleportieren. Ding, ding, jip, und, okay. Ich versuche, ihn zu finden. Figur Captain. Ich versuche, äh, den, ich versuche weiter den Rest unserer Crew zu finden. Englisch übersetzen bin ich jetzt nicht gerade der King. Nio. Oh, yes. Nio, nio, nio. Oh, oh. Yay, tot. Nio. Ups. 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 Und nochmal. Ups. Ups. Ups, ups. Und? Oh, ich fahr' mich, was das ist. Äh, schein... Ich scheine es nicht zu wochen, aber es, äh, scheint ein nettes Stück zu sein, äh, was man zum Schiff nehmen kann und studieren kann oder sowas in der Art. Und wie gesagt, man, sauber. Äh, man braucht es nicht, aber ich würde euch nur mal zeigen, wie man das dann macht dafür. Hoho. Oh, das war so nicht. Wie gesagt, die Dinger braucht man nicht, aber ich hab' jetzt Spaß hier einfach zu holen. Hupen. Hupen. W ein schicke es wird der Soundtrack ist geil wenn auch nicht den Soundtrack sich angehörter solltest tun also vielleicht track 1 track 0 der könnte ein bisschen verarschend sein weee ja enter für die Karte ich bin da ich bin da ich muss da hin irgendwo gehen dann hier ist ein Teleporter nicht am Kopf kratzen während dieses Spiels könnte tödlich sein komm schon mal hast du es schon mal besser hingekriegt ich bin da ich bin da mankern noch schrecken verrägert an und man kann unten sehen hier wird immer was lustiges angeblendet natürlich jetzt nicht jedes Mal Bock vorzulesen so schnell wie ich einen Raum wechsel Teleporter I can get back to the ship with it damit kann ich zum Schiff zurück Spiel gespeichert jedes Mal bei Teleporter wird das Spiel gespeichert und Teleporter Tada Captain Level complete so und das war uns mit vvvvv wir sehen uns nicht Warnnitz con Recepción Tuneim forcing so Doktor hast du irgendeine Idee was diesen Crash verursacht hat oder was auch immer das war ein Art von die Zahn-Signal hier ist das irgendwas mit unserem Weg macht deswegen hat unser Quartier verloren Kollapsdorf in Tüte Menschen ja auch immer wieder an die Mission gelandet wir sollten wir sollten in der Lage sein das Schiff zu reparieren und hier rauszukommen so lange wir den Rest unserer Crew finden wir wissen überhaupt nicht wir wissen überhaupt nichts über diesen Platz wie wie hier auch dort meine Fresse demotisch nervig sein Prozent von Freunden überall sein die Köpfen Prozent verloren sein oder eine Gefahr können sie zurückgeteilt nicht um Prozent Prozent können sie sich hin teleportieren nicht so lange sie einen Weg gefunden haben mit uns zu kommunizieren wir können sie nicht wir können ihr Signal nicht finden und sie können sich hier nicht hin teleportieren so lange sie nicht wissen wo das Schiff ist und was machen wir jetzt wir müssen sie finden Prozent die Lof bis zu den Dingen in die Dimension um Prozent guck überall wo sie vielleicht geendet sind oder so macht wo fangen wir an um ein bisschen ich habe versucht Prozent sie mit dem Schiffscanner zu finden es funktioniert nicht aber ich habe etwas gefunden diese von diese Position diese Punkte schauen auf unserem Scanner haben sie hohe Energy Patterns was auch immer gut